Oh mein Gott Leute, Dankeschön für ein ganzes Jahr lang Kaktusfuß. Ich danke allen, die abonniert haben, alle, die mir auf diesem Weg geholfen haben. Es ist echt mega geil einfach nur. Ich hoffe, dieses eine Jahr war auch mega geil für euch wie für mich. Und ich würde sagen, auf zum nächsten Jahr. Es wird Zeit. Und jetzt kommen auch wieder häufige Videos, also wie immer regelmäßig. Sorry, dass es in den letzten paar Tagen, Wochen nicht so war. Ich wollte auch noch Danke sagen an meinen Cutter. Der cuttet jetzt auch schon fast ein ganzes Jahr für mich. Also echt mega Kuss geht raus an den, was der auch für Aufwand in Videos oder Animationen reingepackt hat. Das ist echt mega krass. Also Herzchen für den in die Kommentare. Und ja. Alter, warum sieht mein Kaktus aus wie ein Fuß? Kann mir bitte jemand helfen? Danke. Und ich würde sagen, das war es mit dem ersten Jahr Kaktusfuß. Zeit für meine Videos an die Arbeit. Allesine Kaktusfuß. Oder dish an die Ettet. Wie sch recently an das ist.